Das große Backen verzaubert mich und bringt uns zum Schmelzen. Mit meiner absoluten Lieblingszutat, der Schokolade. Geht in die zweite Runde. Schokolade ist Gottes Antwort auf Brokkoli. Acht sind übrig. Man muss zu richtig Gas geben. Zwei müssen gehen. Die Anspannung steigt jetzt von Mal zu Mal. Ich hab keinen Bock, um uns zu gehen. Ihr könnt ja backen, sonst werdet ihr nicht hier. Das große Backen. Am Mittwoch um 20.15 Uhr in Sat.1. Am Mittwoch um 20.15 Uhr in Sat.1.